wir sehen uns dann gleich in hohen felden ob das ein stellplatz ist oder campingplatz oder ob man frei stehen das wissen wir noch nicht wir schauen mal aber werde ich auf jeden fall mitnehmen und mit zeigen okay bis gleich wir sind weiter gefahren wir stehen jetzt in hohen felden wir zeigen es euch gleich mal ein stellplatz für die mädchen weißt du weißt du es wo wir stehen du weißt nicht wie das heißt das zeigt mir jetzt mal der mama gibt es nämlich jetzt kaffee kaffee trinken ich nehme kaffee ich gehe mal raus am stausee hohen felden da gibt es keinen stellplatz wir haben zwar einen campingplatz hier gegenüber der hat auch auf aber wir stehen jetzt ganz einfach mal frei wir haben gefragt ob wir uns hier platzieren dürfen so stehen wir jetzt auf dem parkplatz der gaststätte am stahlsee hohen felden wir haben einmal hier unten die gaststätte und hier oben genau da oben haben wir freizeitbad und ihr seht hier ist ein riesengroßer parkplatz hier wollten wir uns nicht in der mitte hinstellen weil wir hier keine brauchen das ist jetzt hier für uns angenehm weil wir hier schön gerade stehen ja natürlich haben wir karten reserviert wir gehen dann rein ich glaube 18 uhr ist für uns die zeit in die thüringer glitzer welt dann nehmen wir euch mit lasst euch überraschen bis gleich jetzt haben sich noch welche dazu gestellt mit dem wohnmobil wo wir stehen der platz fühlt sich wir sehen sie es wird richtig voll 16 uhr ist hier beginn vor 18 uhr regen gemeldet schauen wir mal ob man hier hinkommt 18 uhr ohne regen da rein dass man euch das auch mal zeigen können die thüringer glitzerwelt so stehen wir hier mit die mobile parkgebühren fünf euro ist hier zu lösen per einweiser sind die auf dem parkplatz aber 24 stunden 5 euro ist okay die thüringer glitzerwelt so liebe freunde wir gehen jetzt mal rein der platz ist voll wie man sehen können richtig mega viel los scheint uns das mal an und dann nehmen wir euch mal mit viel spaß bei den thüringer glitzerwelt so so Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Viele liebe Grüße von der Thüringer Glitzer Welt. Jetzt gibt es Langosch mit Knoblauch. Knoblauch und Langosch haben wir jetzt. Und wir laufen zurück ins Wohnmobil. Das ist ja nicht so weit. Also wir sehen, liebe Freunde, der Parkplatz hier ist voll. Wir haben es nochmal stehen. Thüringer ist jetzt so weit. Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Also wir standen hier in Hohenfelden auf dem Parkplatz bei den Glitzer Welten. Da haben wir übernachtet. Hier darf man übernachten. Wir haben gefragt. Das geht jeweils vom Freizeitbad aus oder hier unten von der Gaststätte aus. Bei der Gaststätte 5 Euro Parkgebühren für 24 Stunden. Das geht auch. Auch ruhig steht man hier, aber nicht so sehr, weil wir ja im Hintergrund hier die Hauptstraße hat. Und die hört man schon. Aber ansonsten ist das hier im Sommer bestimmt eine Möglichkeit, mit dem Wohnmobil zu stehen. Denn wir haben im Hintergrund hier den Freizeit- und Erlebnispark Hohenfelden. Wir waren schon mal hier gewesen. Da werden wir euch den Film mal mit hier verlinken. Hier oben, da könnt ihr euch das mal anschauen. Wir haben hier drüben den Campingplatz. Wir haben den Kletterwald und so weiter. Wir begeben uns jetzt auf die Rückfahrt und schauen mal, was hier los ist auf der Autobahn. Es ist nämlich ziemlich kräftiger Wind. Und da schauen wir mal, wie wir vorankommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017